Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute mit den lieben Marcel. Guten Tag! Und heute spielen wir eine Runde Montagsbilders auf Revenzeit und dann sehen wir uns auch gleich nach dem Intro. So, aber wir finden uns jetzt in der Runde und wir machen... Paar Pieper, oder? Ja. Was ist das? Kelle. Machst du einen Schreibtisch schon, ich mache einen Papierkopf darunter. Ich mache meinen Schreibtisch einfach mal nach, ne? Eisenblock und Holz. Aus mir besteht mein Schreibtisch nicht. Nein. Ähm, äh, Boden wollen wir... Holz, oder? Holz, Holz, Boden, okay. Also in diesem Video erkläre ich euch halt, warum so lange kein Virus mehr kam. Ich erzähle auch noch... Also ich bedanke mich erstmal, dass wir 100 Abonnenten überhaupt geschafft haben. Auch wenn die ganze Zeit kein Video kam, das ist schon krass. Das wäre so, als würde man in den Supermarkt gehen und einkaufen, obwohl der Supermarkt geschlossen hat. Oh, Scheiße. Wo soll der Schreibtisch hin? Ich baue ihn einfach über den Papierkorb. Ja. Ich will ja wissen, wo der Papierkorb steht. So. Ja, und deshalb will ich mich erstmal bedanken, dass wir die 100 Abonnenten geschafft haben. Ja klar, vielleicht kommt auch noch ein Gewinnspiel, ich weiß jetzt mal nicht. Aber... Da wird er mitmachen? Nein, du bist ausgeschlossen. Oh, schade. Du kriegst ja schon genug Geld von mir. Hä? Du kriegst gar kein Geld. Lüg nicht. Ja, ich krieg gar kein Geld, das stimmt. So, und auf jeden Fall könnt ihr jetzt rechts oben abstimmen, was ihr nämlich sehen wollt. Also ob ihr Minecraft, Fortnite oder sonstiges sehen wollt. Also unter sonstiges. Ob ihr Modpacks sehen wollt. Ob ihr League of Legends oder Paladins sehen wollt. Unter Euro Truck geht ja auch noch. Ja, ihr könnt alles runter schreiben. Und vielleicht hole ich mir das Geld, wenn ich es nicht hab. Aber schreibt einfach erstmal drunter. Ein Versuch ist es immer wer. Das sieht aus wie so ein deutsches Kreuz. Ja, dies ist normal. Wie lange haben wir den Schreibtisch weggebaut hier? Leck mir den... Buch. Das Problem ist, hier hat man nie sehr viel Zeit. Irgendwie sieht der... Ja, ich glaub... Ich glaub, der ist ein bisschen zu hoch, oder? Ja. Mach... So. Mach am besten noch nen Pfeil dahin. Und dann schreiben die Wetten alle Mülleimer einnähend. Ich muss noch Papier hinmachen. Ja, ich such grad Papier. Kann man hier ein... Item aufm Bogen merken? Ne, leider nicht. Man merkt, ich bin ein bisschen krank, aber... Das tut gar nicht zur Sache. Ihr könnt alle gute Besserungen in die Kommentare schreiben. Aber er stirbt eh morgen. Also wird er es eh nicht mehr lesen können. Alter! F***! Das sieht aus wie Klopapier, was da... Warte, ich mach noch so nen Pfeil hin. Okay? Ja. Puh, scheiße. Bitte, Warte. Komm mal schnell an Pfeil. Ähm. Das sieht man wieder übelst hesslich aus, jemand. F***! He! Ja! Ähm, ja die sind eine Pfeil! Kappa. Ja! Okay, jetzt sieht der Teufluse aus. Prozent auf Scheiße das Ziel der Eiflinge oben im Zweifelschiff ich glaube wir hätten kein Schreibtisch oder ich hätte keinen Bauton das hier Neudes Tisch das hier du bist ein Computer Mülleimer ja fast ich wusste dass er schreiben nein hier Leute Kaka Mülleimer Junge lass doch mal mit deinem scheiß Schreibtisch da weg die sehen das nicht Ne die sehen das nicht was ist das da da Hallo Waka was ist das da da Papiertonne ja du bist ja schon fast Papier Eimer es wäre es ist ja eigentlich nicht schlecht gebaut aber sie zu dumm zum erraten so ein punkt und explodiert dumm wieso schreibst du dumm ht ist ein papierkopf ein kran auf lsd augenkrebs ich geb augenkrebs ich glaube die konnten sich mit den farben nicht einigen ja ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich habe nichts damit zu tun was meine liebe freunde was ja mal wieder komplett ist äh ach arm hoch ach nur fenster topf nur fenster sie sind sogar ratisieger bis jetzt echt ja guck mal du kannst recht gucken das erste team ist ratisieger so das sind wir da muss ich aber komplett los hm es sieht mir äh es ist schlecht weil man weiß ja nicht ob die pflanze gemeint ist oder die pflanze also ich sollte man sich darüber nicht freuen was haben wir wir haben nur schlecht bekommen die anderen haben alle augenkrebs ja und dann würde ich sagen wir sehen uns gleich noch in einer weiteren runde so wir befinden uns jetzt in der zweiten runde ja es ist es äh bei mir ist alles scheiße ja ich habe irgendwas was einigermaßen ok ist untergründen wir verraten uns einfach mal nicht ok ja das ist klug geschwindigkeit wetter uhrzeit köpfe ne köpfe ne köpfe brauche ich nicht ne ja mein thema ist eigentlich ganz easy mein thema ist auch nicht ganz schwer nicht ganz schwer ja nicht ganz eh es ist schwere nicht ganz schwer die beschissen aus nehmen sie sieht nicht beschissen aus weißt du willst meine sachen gut reden sitzen aber nicht ja ein master will das habe ich mal einfach so ja es ist da war das sollten wir einen bus bauen das baue ich ich baue den bettelbus erst mal schreiben die ganzen fordner hat er vor als voll scheiße aber was werde ich platz eins mit abstand da muss ich komplett los ich heiße masser b wenn du bist sorgsam dass du bist okay die monite kappe kann ich kann heute nicht sprechen oder was ist schon brechen ist nicht heute mein thema nicht so besser nicht so besser gute deutsch ich habe ja jeweils haben wir noch ein paar bäumchen oder so ich habe mein thema etwas zu groß ausgeführt ein bohnenmehl also es hat nichts mit wald zu tun bei dir zu sagen mit park es geht es ist so gott das sieht total scheiße aus okay bei mir sieht man was gemeint ist man sieht auch bei mir was gemeint und ließ nicht mehr ist das echt nicht erkennen guck mal rein also ich finde das hat man schneller kann ja kommt davon wie wie du schaust ich gehe mal schlecht schlecht immer schlecht ausser bei mir was ich sonst kenne ich sehr lehr auf die aber nicht sagen was was für ein sie ist ok weil die sind das also ich ganz ans treffen es ist eine bestätige keine ahnung steckdose flamengo da muss ja komplett los ist da muss ich ja schnell warum gehen hier die türen die gehörten irgendwie zusammen weil ein flamengo ja klar mit wenn man es weiß was war denn da oben der kronleichter vorläufe freddorf dassel ja das ist erraten ist meint könnte auch ein friedhof hab ich doch gesagt es könnte ein friedhof sein ich geb dir gut wenn du mir dann auch gut gibt es okay ich weiß ja nicht was da jetzt ist also du weißt was meins ist irgendwas mit luftballon du bist als dritter obwohl du es schon weißt ich kann nicht so schnell schreiben hallo ich bin scheiße ja ich weiß ich hab gemeint du hast da vor warum ist da kein feuer war selten hallo jetzt noch ein feuer reinmachen weil ich keine zeit mehr hatte geht mir gut oder das ist doch gut gut ist sogar oben zu hätte ich noch weiß gemacht dann hätte ich dir sogar sehr gut gegeben wieso weiß rot blau weiß ist bayern ja toll und was denn äh 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 okay aun äh auch uhr bei im geschrieben in deutsch geht es ja wieder am laufen sind aber sehr durchsiegend muss ich schon sagen ja gefühl man das werft wohl drin oh scheiße da steht ja immer da muss ich den instagram dot com slash masse k 1 2 3 2 1 wo steht sogar noch ich habe aber augenkrebs gegeben und plott gewinner bin ich wo ich bin zweiter und ritter gewinner so dann würde ich sagen das war's von meinem video abonniert gern meinen kanal like dieses video und schaut noch gern bei masse bistro auf mein insta vorbei ja erster legt in der beschreibung